Der zentrischen Star Saman Völler & Co. kaum noch so auftrumpfen wie in Karlsruhe. Das 1 zu 0 durch Rudi Zirale. Das Spiel KSC gegen Leverkusen hätte aber kaum diese Beachtung gefunden, wenn Winnie Schäfer nicht die tückische Ausländerregel übersehen hätte. Selbst der Stadionsprecher versuchte noch zu warnen. Winnie, zähle deine Ausländer. Aber da war es schon passiert. Kirjakov kam nach der Pause zu Billitsch, Knupf und dann die dazu. Auch Präsident Schmieder konnte den Fauxpas seines leitenden Angestellten nicht mehr korrigieren. Und dann hat's auch der gute Winnie gemerkt. Umziehen, Edgar Schmidt. Der ist glücklich.